Herzlich Willkommen am 5. Dezember hier zum Nördings Rätsel Adventskalender! Ich habe euch heute ein Bilderrätsel mitgebracht und zwar das hier. Hier hat sich ein Gegenstand eingeschlichen, der nicht so ganz zu den anderen passt. Schreibt es euch auf, merkt es euch einfach bis zum 24. Dezember, was ihr halt könnt und schickt es mir dann an die E-Mail ein, wenn ihr die Lösung einschicken könnt. Wenn ihr noch was länger braucht, könnt ihr das Bild gerne unten in der Beschreibung downloaden oder ihr scrollt einfach ein Stück zurück und drückt dann auf Pause. Ist euch überlassen, passt ihr lieber mit und dann sehen wir uns morgen zur selben Uhrzeit wieder. Bis dahin, ciao!